Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Gaming News Video. Ich hoffe, ihr schwitzt nicht so sehr wie ich. Ich weiß nicht mehr, was ich ausziehen sollte. So warm. Ich hoffe, bei euch ist es kühler. Ich muss ehrlich gestehen, ich vermisse ein bisschen Österreich. Warum? Weil ich da in einer Kellerwohnung gewohnt habe. Das war der Oberhammer im Sommer und jetzt schwitze ich mir hinab. Leute, aber das geht gar nicht. Es geht um etwas Wichtiges. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Video gemacht über Sandland. Genau um das, was es heute auch geht. Wir dachten damals, Sandland könnte ein neuer Anime werden, ein neuer Manga, vielleicht ein neues Spiel. Und jetzt ist es klar, es wird mindestens ein neues Spiel. Und ich habe so Bock drauf, Leute. Wer Sandland nicht kennt, ich habe gerade den Manga jetzt nicht zur Hand, aber das war ein Manga von Akira Toriyama, dem Schöpfer von unter anderem Dragon Ball, den Charakteren aus Dragon Quest und so weiter und so weiter. Der hat jetzt ein neues Game raus. Also die bringen ein neues Game raus und es sieht so gut, Leute. Es sieht so gut. Also wir gucken ein bisschen rein. Ach, die Grafik schon, ne? Auch fühle ich. Diese Sandwüste. Ja, ich weiß jetzt schon, die Grafik ist nicht so geil. Leute, die sieht mir ja gut aus. Da rein Skorpione rum, fühle ich jetzt schon. Also, wenn ich das angucke, habe ich schon instant Bock, in dieses Sandland einzutreten. Hier ist das typische Auto auch, das wir alle kennen. Moment. Hier. Die Fahrer, das Auto. Wie gesagt, wer den Manga gelesen hat. Oh, der spielt sowas wie Pokémon? Spielt der Dragon Quest oder spielt der Pokémon? Da ist ein Kaktus. Nee. Der muss eigentlich Final Fantasy spielen. Das müsste ein Kaktor sein. Jo, der spielt einfach Final Fantasy am uralten Game Boy. Das ist natürlich der Hauptcharakter. Das Auto, wie gesagt, kennt man auch. Das ist auch schon am Titelcover vom Sandland Manga. Der Sheriff ist da. Ja, genau. From the creator of Dragon Ball, Akira Toriyama. Vom Erfinder von, ähm, Drachenball, wollte ich sagen. Vom Erfinder von Dragon Ball, Akira Toriyama. Ey, ich habe so Bock drauf, ne? Guckt es euch an, allein wie cool die Typen aussehen. Und im Hintergrund kleine Monster. Ich weiß nicht, ob irgendwie, kann man rausschalten. Hinten seht ihr nämlich rechts noch eins. Ich weiß nicht, ob die irgendwie auch zu fangen, zu bändigen sind. Denke ich eher nicht. Es sieht so aus im Gameplay, als würde man mit dem Hauptcharakter spielen. Aber nicht nur mit dem Hauptcharakter spielen, sondern auch mit Autos rumfahren. Mit Autos rumfahren. Man sieht gleich auch ein bisschen Gameplay. Oh, wie geil, das ist riesenfies. Join an Adventure. Ja, Panzer fahren. Eine mysteriöse Wüstenwelt. Und da fahren wir selbst. Guckt mal, guckt mal. Wir können auf einem Dino reiten, Brut. Ah. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock drauf. Ich glaube, das wird mein Spiel des Jahres. Ich denke, es kommt dieses Jahr noch raus. Es sieht zumindest danach aus. Wir haben kein Datum. Nur ein, ich glaube, am Ende sehen wir ein Coming Soon. Aber ich bin so im Hype. Ich war, ich hab mir gedacht, dieses Jahr wird schlecht. Da kommt nicht mehr wirklich viel raus, was mich interessiert. Und dann kündigen sie Sandland an. Und ich bin wieder mega im Hype. Also Leute, lasst jetzt schon mal gerne ein kostenloses YouTube-Abo da. Und einen Daumen nach oben. Denn wir werden das Spiel auf jeden Fall hier auf meinem Kanal Black Rabbit komplett durchsuchten, Leute. Wir werden da so hart reinzocken. Wir werden da so hart reingehen. Ich hab so Bock drauf, Leute. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Also diese Mechs, ne? Diese riesen Kreaturen. Gegenseitig mit dem Panzer abschießen. Und hier, Kampfstil. Zack, zack, zack. Kämpfen, ne? Mit Mechs, mit Kreaturen. Oder auch selbst kämpfen. Schleichpassagen auch mit dabei. Dinos verprügeln. Oh, der hat auch Spezialfähigkeiten wie Son Goku. Habt ihr noch Raketen? Habt ihr noch gesehen? Ey, Scheiße. Hab ich Bock drauf. Das wird so ein Gewusel, Gemetzel. Ey, das ist einfach nur geil. Ich denke, das wird einfach nur der Oberhammer, Leute. Ich denke, das wird einfach nur der Oberhammer. Und ich hab jetzt schon so Lust drauf, ne? Hier hockt es euch an. Stay tuned. Also, es wird nicht mehr so lange dauern. Für PS4, PS5, Xbox Series S und X auf Steam, wo ich's spielen werde. Und es ist von Bandai Namco in der Unreal Engine. Weil, ey, ich, ich. Ich bin im Hype. Ich bin im Hype. Kommt noch was am Ende? Nö. Bandai Namco halt, ja. Bandai Namco. Ey, ich bin so im Hype, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Allein dieses Rumgeballert, dieses Rumkämpfe. Ich will es bitte, bitte spielen. Eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Wie gesagt, heute nur ein kurzes News-Video. Weil ich noch nicht darüber gesprochen habe und darüber sprechen will. Also, das neue Game von Macher, von Dragon Ball. Bin ich im Hype. Und es kommt ja auch noch ein neues Dragon Quest Monsters. Zur Feier von 25 Jahre Dragon Quest Monsters. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Guckt sie gerne auf der Endcard an. Und ja, ich bin genauso im Hype, wie er da steht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bruder Forst geht raus. Haut da rein. Bin gespannt, eure Kommentare zu lesen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020